Und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge der Destiny-Projekt. Ja, wir waren jetzt beim letzten Mal dabei, die ganzen Big Packs jetzt aufzufüllen, bzw. werden wir jetzt erste machen. So. Da, da, bb. Okay. Und tun jetzt alles mal hier ein. So, Tim, was brauchen wir auf jeden Fall? Wir könnten jetzt mal eigentlich noch die ganzen Erz einschmelzen, dass wir die weg haben. Das wäre jetzt eigentlich noch so ein schlauer Gedankenzug, den wir machen könnten. Warte mal, da war auch noch Eisen. Äh, nee. Schauen wir mal eben hier nach unten. Plup, 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 hier ist nix. Und hier ist auch nix. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eben ein bisschen Kohle oder so. Hier haben wir die, hier haben wir ein bisschen Kohle, genau. Dann können wir das nämlich einschmelzen eben. Eins, zwei, drei. Hier rein. Einmal da rein. Und das teilen wir mal eben auf hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah. So. Jetzt lassen wir das mal durchlaufen und tun den Rest, der hier eigentlich ist. Mal schnell. Oh, es ist schneid. Nein. Oh, mach die Tür zu. Es wird kalt hier drin. Wo ich, glaube ich, auch da ein Loch drin habe. Ja. Whetstone rausnehmen. Die ganzen Erze raus. So. Geht doch weg. Whetstone mal eben sortieren hier. Wir brauchen die Blöcke. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt die sind. Rot, ne? Ja. Fikadee ist rot. Aber wir sind so ein bisschen rot und grün ist so ein bisschen am käbeln. Nein. Wir sind so ein bisschen so am käbeln, aber das ist ganz lustig eigentlich. Mal gucken, wie wir weiter noch machen. Okay. Wir sind so ein bisschen rot. Was haben wir denn hier noch drinne? Whetstone auf jeden Fall. Oh, wie weit ist... Oh, meine Maus. Da, da, da. Kupfer. La la la, meine Uhr ist noch da What's done, this Was haben wir hier noch? Da, da, da Und da, den Rest, was jetzt noch geht Versuchen wir in Blöcken umzuwandeln Oder andersrum Ich glaube, ne, das ist auch ein bisschen Blöd vom Aufbau Baby Mach das Mach das mal, beende du mal Wie viel kriegen wir hier? Hier ist eigentlich auf jeden Fall fertig Wie sieht's mit dem Eisen noch aus? Ja, Eisen müssen wir auf jeden Fall in Blöcken umwandeln Das ist ja Platzverschwendung hoch 3 hier sonst So, Blöcke Können wir dann wie gesagt halt immer alle Umwandeln wieder, ist auch ein bisschen schlauer In dem Fall Oh, warte mal, Witz, dann können wir doch auch in Blöcken machen La 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 What's down What's down, dankeschön So, und die Erze, die tun wir mal alle Warte mal, das brauchen wir noch, glaube ich Ne, das ist eigentlich relativ egal, das Ja gut, Aluminium können auch so rein Und die können auch schon mal so rein Was haben wir denn noch hier drinnen? Kohle Die Emerald Shards Exical Diamonds Warte mal, wir gehen erst wieder die Giste durch Das kann alles raus Was ist hier draus? Da, da, da Das Ähm Bum, 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 bum Da Das, das, das Das Und zwar eigentlich auch weniger da drinnen Hier ist auch noch genug Exical Diamonds, Essenzen, Shards Oh, die habe ich jetzt vergessen Da oben auch, glaube ich, rauszunehmen Kohle Clay Und da waren auch noch Shards Waren jetzt da oben auch? Nein Aber das ist jetzt eine langweilige Folge für euch Aber ich, wie gesagt Ich muss jetzt das auch machen Damit ich halt auf jeden Fall hier von weg komme Denn irgendwann fällt auch meine Tarnung hier auf Weil ich wandere sozusagen immer gerne hier Von einem Punkt zum anderen Hier ist noch so ein Ding Die können wir mal versuchen irgendwie noch hinzubiegen Das ist jetzt alles fertig Das ist prima Weil je weniger Platz wir im Inventar Beziehungsweise in Rucksäcken haben Desto mehr passt von den anderen Zeug da rein Ging Boah, sag mal einer Ob Kohle auch in Blöcken ging Na, könnt ihr mir jetzt schlecht sagen Aber Ne, ging leider nicht Schade Das heißt, alle somit schleppen Gucken, wie viele Wets sollen wir noch mitkriegen Drei Blöcke ist immer besser als gar keiner So, keine Rüstung Warte mal, vier Ne, passt gar nicht Schade, einer fehlt Äh, Lapislazuli Na gut, ist auch nicht viel Aber können wir in Blöcken umwandeln Ah, geht aber super Was können wir noch in Blöcken? Gar nichts mehr Warte mal, acht Ah ne, ich brauche neune Ah, ist egal Achso, ich wollte die Shards hier Mal eben So fertig machen Dass ich hier so paar Amo-Weds rausmachen kann Nein, jetzt fehlt ernsthaft Ein paar Dinger davon Dann tue ich die doch erstmal noch hier rein Man kann sie immer noch gebrauchen Für ein paar Amo-Weds Aber für was Amo-Weds benutzen Wenn wir sie eh kaum einsetzen werden Nun, nun, nun Ähm, wichtige Items Kommen erstmal in den großen Zwar, beziehungsweise Nahrung Hier sowas wie Nahrung Direkt mitnehmen Büsche Nahrung im Allgemeinen Ja gut, die Potions Könnte man immer noch benutzen Aber wie gesagt Nahrung Muss mit Seeds Das noch Was ist das denn? Ist das nicht der gleiche Stuff oder so? Okay Ist ja auch egal Golden Gysal Kann man voll selber einmal einen mitnehmen Hier Warte mal den Rucksack Der ist doch jetzt die Zang Oh voll, den können wir noch hier Magic Sensen Nahrung Nahrung Magic Sensen Seeds Paar Nahrung Nahrung Seeds Magic Seeds Was ist denn hier noch drin? Da Nahrung 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 Das ist immer geil Nahrung kommt auch in so ein Pack rein Das kommt das hier alles rein Fällt das glaube ich Gar nicht passiert so viel rein Naja Geht gerade so Und die kommen noch hier alle rein Nahrung Warte mal hier waren noch die Seeds Seeds Nahrung 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 Alles Nahrung die wir gebrauchen können Und auch hier rein kann Warte mal so ein Falsches Abteil Na kommen die noch rein Oh da habe ich auch nicht mehr so viel Platz Aber Oh reicht gerade so mal Jetzt wollte ich hier die Bücherregale mal eben vernichten Weil die lassen sich im Bücher besser schleppen Oder? Ah Stimmt doch gar nicht Ich hätte doch mal lieber Ja ich hätte doch mal Bücher raus machen sollen Egal Naja verbrauche ich halt zwei drei Plätze mehr Bücherregale sind doch einfacher Wo brauchen wir denn Bücher? Nein 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 Keine Bücher Bücher Oh hier sind auch noch ein paar Bücherregale Das werden wir dann auf jeden Fall direkt mitnehmen Bücher 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 So die kommen jetzt erstmal in den ersten großen Pack rein Welches ist jetzt hier voll? Beziehungsweise das ist auch noch leer Alles klar Hier ist alles leer Super Wichtig ist jetzt Riftblade Phönixfeder Und die ganzen Stuffs Was jetzt wirklich mit muss Das ist noch Nahrung Essenzen müssen alle mit Die Magic Myers Nämlich mit Rüstung Komm ich gleich zu Die Fackeln kommen gleich direkt ins Inventar Das ist so geil Hier Das kommt mit Das kommt mit Das kommt mit Das Da würde ich sagen Hier Das sind Bücher Da kommen hier zum Beispiel auch noch Stuffs rein Und Essenzen Das kommt hier noch rein Denn denen kommt so was wichtiges Warte mal Essenzen kommen da Ich nehme mal vor Ich nehme mal vor Ich nehme mal ein Schokopeter mit Falls jetzt gleich kein Beziehungsweise falls da Platzmangel ist Dann werde ich das auf jeden Fall umtauschen Warte mal ein Buch Warum soll ich ein Buch mitnehmen Wenn ich es nicht brauche Obwohl die Chests nehme ich gleich mit Dann mache ich mir mal eben hier so ein Loch Wo das Zeug alles rein kann Das brauche ich nicht Komm hier schmeiß rein Essenzen waren da genau Hier ist Rüstung Das wäre auch noch Nahrung vielleicht Das Buch müssen wir auf jeden Fall mitnehmen Das, 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 das Das nehmen wir alles später gleich mit Nächste Kiste Das, das, das Was auf jeden Fall erstmal wichtig ist Und ich mitnehmen kann Und weiß auch wo ich das einsortiere Schauen wir mal eben hier Essenzen können hier Ein paar Schwerter und sowas Rüstung, Essenzen Päuschen, so warte mal Ich lasse mir mal gleich Auch welche im Vementar Falls ich unterwegs welche Leute treffe Aber ich glaube das wird Eher weniger sein Das ist falsche Kiste Hier sollen erstmal nur Essenzen und sowas rein Jetzt habe ich noch den und den Und den fülle ich eigentlich mit so Monstersachen gerne Das ist in dem genau Das kann hier auch noch rein Essenzen Und ein paar Bücher hier Das kann noch rein Das tun wir auch mal mit hier rein Das ist in den Nahrungs Da ist das Nahrungsding Hier hatte ich jetzt einen Monsterquatsch drin Ah ja Vorsitzhalber 3 Vielleicht kriege ich ein Hühnchen raus Lehm, ja Hier ein bisschen Holz Dies Ja, das ist immer Warte mal Das lassen wir alles drin Und reduziere gleich die Kisten nach und nach Headband weiß ich noch nicht Weiß ich noch nicht Oh, warte mal Die, die, die Und die kommen auf jeden Fall mit Das, 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 das Schallplatte weiß ich nicht Wetstone-Dinge auf jeden Fall Die paar Stauendex Die sind immer gut als Deko Beziehungsweise als Baumaterial Monster, Monster, Monster Hier kommt so unnötiger Quatsch eigentlich rein Erfahrungsflashing, warte mal Erfahrungsflashing können bei den Zents mit rein Lalalala Jetzt ist hier noch ein frei Hier kann man ein bisschen Baumaterial Und Sowas reinschmeißen Was ist noch unten drin Unwichtig Unwichtig erstmal Unwichtig erstmal Warte mal doch Gunpowder Wichtig Das ist auch wichtig Schokobuffeder Ne Unwichtig Das Und das und das Die sind auf jeden Fall wichtig Das Stand gerade fest Äh, ja Warte mal Ob ich denn die Repeater reingepackt Ob ich die hinten reingepackt Ja Dann kommen die nämlich gleich hier mit rein Ah ja Sind nicht hier drin Können aber natürlich auch dann hier rein Dankeschön 200 voll Das heißt Was ich jetzt an Pfeilen finde Könnte ich eigentlich hier lassen Warte mal Kann ich den jetzt hier Ins Inventar reinpacken Geil Hier Das muss Ah 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 Das Iron Kann erstmal hier drin bleiben Den Helm weiß ich auch noch nicht Das kommt mit Das ist ein Enchanted Book Das weiß ich noch nicht Hier die Lianen wollte ich auf jeden Fall mitnehmen Das, das, das Und das auch noch Da hab ich Monsterquatsch Da hab ich Monsterquatsch Das kommt Neterwatz Nee Hier ist noch nix drin Hier sind Hier sind Waffen und sowas drin Und Rüstungen Die Folge ist ja auch gleich schon wieder zu Ende Krass Dann würde ich sagen Ich tu mich ausloggen hier Na komm schon Und würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Mit eurem Flashdap und Tschüss 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 Tschüss